Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Jüngerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale, ein genial englisches Spiel mit einem deutschen Kommentator, der keinen gescheiteren Englisch kann. Äh, ich bin hier immer noch. Nicht im Chor, da will ich hin, sondern in Hotland. Oh, das kommt jetzt. Welcome to our pala dairy, interested in some spider batteries. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Es ist ein Croissant. Ja, kann man hier überhaupt was kaufen? Ach so, check hier. Ja, glaube ich dir. Was? Ein Moment. 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 Ich kann noch irgendwelche nervigen Scheißrebs machen. Das motiviert mich natürlich. Und schön vorher noch einen Gegner im Count sagen. Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Ich bin noch nicht öppern. Reicht. Ja, aber klar, das ist... 1, 2... Natürlich auch dasselbe. Oh cool, nur ein Schuss. Ich kann schon riechen, was ein Spaß ist. Wuhh... War ich nicht. Ich kann schon mal ein Schuss mal schütteln. Ok. So, wo kommt ihr her? My favorite Marathon Moment. Ja, cool. Sein Lieblings Marathon Moment ist, wenn irgendwas schief geht und Marathon nur pulsiert. Na toll. Und pulsiert mit dem Scheißgriff. Ich hab automatisch Kassil. Hey, this doesn't have anything to do with guiding you, but... Hey, would you want to watch a human TV show together sometime? It's called... Ah, that was really nice. Ah, well, that's okay. Just what I asked. But I think you'd really like it. Halt mich fest. So. So. Hier nur einen Schuss nicht führe. So. 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 The human wearing a strapped shirt will come through. I heard that they hate spiders. Ja, manche Menschen hassen Spinnen. I heard that they love to stomp on them. Sie lieben es auf, Spinnen zu stampfen. Das höre ich jetzt nicht zu. Ich mag Spinnen nicht wirklich, aber wenn ich eine sehe, das ist bei mir bei allen Insekten so. Außer bei Mücken. Ich versuche eigentlich immer, die einfach nur rauszukriegen aus dem Haus. I heard that they like to tear their legs off. Ja, ihnen die Beine ausreißen, genau. Vertreib halt. Kannst du noch zum Kampf? I heard. Was hast du noch gehört? Hallo. That they are awfully stingy with their money. You think your taste is too refined for our pastries, don't you, dearie? Nein, ich hab kein Geld. I disagree with that notion. I think your taste is exactly what this next batch needs. Of Deutsch will seem to be the best of one for Arbeit. Ja, nein, nein, nein. I think Pupply's a better look on you. I think Powderfleg is a better look on you. Lila heißt, ich kann mich nur auf bestimmten Dinge voranzubringen. Guck mal deine Fresse. Da. He's gibt mir das Kampf. Let's you go! Don't be silly. The first game is happening. Your soul is going to make every spider happy. Oh mein Gott, man kann übrigens normalerweise, yay, eine Tasse spinnen, man kann normalerweise auch, ähm, sich auch den Wien hin und her bewegen. Ja, das passt, geht halt ein bisschen. Oh, hallo, doch mir haben uns vergessen, entschuldigt, mein Essen. It's breakfast time, isn't it? Have fun, you too. Äh, eine Runde sollte ich noch aushalten. Depossen, Ruhr, und das Depossen. Wer war das? Metaton, oder? Er ist mein Metadon. Alter, diese Attacke kann ich aber. Warte, wegen der automatischen Heilung, der ist auf jeden Fall verstanden. Oh, was ist a lot of money for you? Ja, die kriegt ne Menge Moneten für meine Seele. Warum soll, krieg ich jetzt keine Heilung? Ja, ich hab's mal. Ja, ich hab's mal. Als Moron-Band-Been kam, alle Spinnen-Klatschen-Zinn sind. Ja, die Form ändern, die Schatten. Scheiße, Agenheit. Oh, es ist lunchtime, isn't it? And I forgot to pet my pet? Ja, wieder ihr petes. Irgendwas. Ouch. Bei der Attacke werde ich immer getroffen. Das kann ich mir jetzt schon... With that money, the Spider-Clans can finally be reunited. Die Spinnen-Clans können wieder vereint werden. You haven't heard? Spiders have been trapped in the Ruins for generations. Natürlich sterbe ich jetzt. Hey, komm. Als ob's nicht schlimm genug ist, dass ich ein 28 Millionen Runden-Boss-Kampf machen muss. Das ist ein 28 Millionen Runden-Boss-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf. Das ist ein 29 аjas absolvent vieles und kampf-kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf-Kampf jet Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich höre hier noch nicht auf. Ich habe keinen Bock hier jetzt aufzuhören. In dem Part ist bisher gefühlt. Oh, ich weiß die Stimme nicht mehr. Ja, halt die Fresse. Und mach weiter. Und mach weiter. Das ist richtig geil. Da steht die ganze Zeit. Da steht die ganze Zeit einfach Undertale beim Spieltitel über dem normalen Spiel. Und jetzt steht da Undertale the Musical. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil gemacht. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Und jetzt ist das passiert. Und jetzt ist die Stimme nicht mehr. Das ist richtig geil. Und jetzt in der aufzuhören. Und jetzt ist das nicht mehr so gut. Und jetzt ist das. A puzzle so dastardly my paramour will surely perish. Oh, heaven have mercy, the horrible colored tile maze. Ja, ich weiß. Ich will ja nicht sagen. Man hätte sich die Erklärung vom Anfang des Spiels merken, sondern ich spaß das. Der huge colored tile has its own sadistic function. Jede Taste hat ihre eigene sadistische Funktion. Didn't we see this one? Ja, ja, ihm fällt gerade auf, dass ich das Ganze schön kenne. Und deswegen wird er mir das Ganze hammeren. Und ich sollte mich besser beeilen, weil wenn ich es nicht in 30 Sekunden schaffe... Hahaha, my poor love, I'm so filled with grief, I can't stop laughing. Wie geht das überhaupt? Mein Ernst. Ich glaube, das geht nicht. Nein, gesperrt. Ja, Zeit ist rum. Oh, I'm sorry, it looks like you're out of time. Here come the flames, darling. They are closing in. Getting closer. Any minute now. Ja, ich werde gleich sterben, ne? Ahem. Watch out, I'll save you. Ja, Elfes wird mich rennen. Sie hackt sich in die Firewall. Jawohl. Versteht. Oh no, hi, how could this happen? Right again by the brilliant Dr. Elfes. Ja, er sagt uns immer wieder farsch, Bruder. That's right. Come on, Meta, don't give up already. You'll never be able to defeat us. Not as long as we work together. The puzzle's over. Now go home and leave us alone. Puzzle over, Elfes, darling. What are you talking about? Did you forget what the green tiles do? They make the sound. Then you have to fight a monster. Well, darling, that monster is me. This is it, darling. Say goodbye. If you set your phone, you'd better answer it. Hey, this seems dead, but don't worry. There's one last thing I installed on your phone. You see that yellow button. Go to this phone. Ex-menu and set it. Okay. I have it. The phone reacts with the metal thing. Oh, that yellow glow. Ah. Now press set or enter. Oh, oh, you've defeated me. How can this be? You are stronger than I. Et cetera. Whatever. It looks like you beat him. You did a really great job out there. Oh, thanks to Annie. Quite smart. Hey, this might sound strange, but can I tell you something? Before I met you, I didn't really like myself very much. For a long time, I felt like a total screw-up. Bist du auch? Like, I couldn't do anything without ending up letting everyone down. But gangless made me feel a lot better about myself. So, thanks for letting me help you. Anyway, we are almost to the core. It's just past Mtt Resort. Come on, let's finish this. Das MDD-Resort mache ich heute noch. Ah, hi, hier sind die beiden, die kennen wir. Hier sind zwei, die kennen wir schon sehr gut und die Königswachen. Der Typ will links uns aus. Oh hey, we are like, taking a rain check on that killing you thing, like, don't tell you. Okay, sie werden uns nicht töten, ey. Hier ist der letzte Aufzug. Ja, hier ist wieder der Typ, der Name ich mir merken sollte. Hey, hey, do you remember my name? Ja, mach ich. Keep Flames, man muss man aber gar nicht sagen. Do you remember, how could I be so, 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 how could I be so. Grüße an meinen Bruder, der gerade schreibt, dass er wahrscheinlich gegen Freitag wieder nach Hause kommt, weil, äh, alle Züge ausfallen. Hier liegt ein Zettel. Wenn man diesen gruseligen Weg rechts lang geht, dann gibt's nen Shop. Hier. Junction. 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 Oh! Ich werd gucken, wenn ich am Ende des Spiels noch genug Geld hab, dann hol ich mir diesen Schlüssel. Der ist nämlich in das Haus, für das Haus, neben Napstabu. So. Ich denk, eigentlich was dumm da drin ist noch ein besserer Shop, fällt mir grad ein. Hey, I heard you are going to the car. How about grab some dinner with me first? Ja. Great, thanks for treating me. Erst ein bisschen essen. Aber ja, noch ein Shortcut. Ja, Sans kennt immer ne Abkürzung. Well, here we are. So. Your journey is almost over. Ja. Es geht nicht mehr lang. Ich rechne mit dem übernächsten oder dritten nicht. Eigentlich übernächsten. Ich hab halt eigentlich geplant erst im nächsten oder übernächsten Part an diese Stelle zu kommen. You must really wanna go home. Hey. I know the feeling. Follow? Maybe sometimes it's better to take what's given to you. Don't you? You've got... Already you got food. I think. But... It's what you have to do. You're worth it. Ja. Wir nochmal kurz jetzt zusammenfasst. Er sagt, meine Reise ist fast zu Ende und ich soll nochmal drüber nachdenken. Hier unten hab ich was ich brauche. Essen. Trinken. Auch Freunde. Ich soll überlegen ob es wirklich wert ist was ich tue. Forget it. I'm rooting for your kid. Ja. Let me tell you a story. Und welche Geschichte. So. I'm a sentry in Snowden Forest. Right? Ja. Er arbeitet in Snowden. Wald. I sit out there and watch for humans. It's kind of boring. Fortunately. Deep in the forest. There's this huge lock door. Die große verschlossene Tür. So wo ruinen. And it's perfect for practicing knock knock jokes. Ja. Geil. Klop klop. Beziehung. So one day I'm knocking them out like usual. I knock on the door and say knock knock. And suddenly from the other side I hear a Wootmans voice. Toriel. Who is there? So naturally I respond. Dishes. Dishes who? Dishes a very bit bad joke. Then she sussed just holes with love. Ja. A cool joke. I'll tell you again in German. Klop klop. Who is there? Dishes. Kann man auf deutsch so viel sagen. Das soll so für DISS ist stehen. Das ist ein sehr schlechter Witz. Und dann hat Toriel einen Lachkrampf gekriegt. Like, it's the best joke you heard in a hundred years, so I keep them going, coming, and she keeps laughing, she's the best audience I've ever had, then, after a dozen of them, she knocks and says, no, knock, knock, I say, who's there, old lady, old lady who, oh, I did not, no, you, you could yodel, Wes, Wes, den verstehe ich nicht, wow, needless to say, this woman was extremely good, we kept telling each other jokes for hours, eventually, I had to leave, Papyrus gets kind of cranky without his bedtime story, but she told me to come by again and saw it, then I did again, and again, it's a thing now, telling bad jokes for me to do it, it drools. One day, I noticed she wasn't laughing very much, I asked her what was up, and she told me something strange, if the human ever comes through the stone, Do the peace, please promise something, watch over them, and protect them, will you not? Ja, Sans sollte versprechen, dass er immer, wenn, wenn jemals ein Mensch durch die Tür drimmt, soll er ihn beschützen. Now, I make promises, and this woman, I don't even know her name, but someone who sinusly, ich weiß ihr Name, ich bring's Toriel, Someone who sinusly likes bad jokes, has an integrity, you can't say no to, Do you get what I'm saying? Ja, ich weiß, was du mal zanglst, that promise I made to her, you know what would happen, if she hadn't say anything, buddy. You'd be dead, where you stand. Ich wäre schon lange tot. Hey, flatten up, bucko, I'm just joking with you. Besides, haven't I done a great job protecting me? Willst du mich verarten? Ja, du hast einen richtig tollen Job dabei gemacht, mich zu beschützen. Ähm, dein Bruder hat mich schon umgedacht, oder ehrlich gesagt, eingesperrt. Gerade eben wurde ich zweimal von einer hässlichen Spinne zermatscht. Einen Haufen Scheißes, ein Killerrobot hat schon 39 Mal versucht, mich umzubringen, und nur Elphys hat mich gerettet. I mean, look at yourself, you haven't died a single time. Hä, Sans? Wir müssen hier mal kurz was unter vier Augen klären! Was ist das Wurzeln, wollte ich? Ja. 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 Ich soll auf mich aufpassen, weil Sans macht's ja nicht! Was zur Hölle bist du? Oh. Ich rede hier aber jetzt nicht mit jedem, weil ich sehe, die Zeit ist ein bisschen arg dezent. Knapp gerade. Genauer gesagt, endet dieser Party. Ein Hotel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.